ARD Text im Auftrag von Funk Spiel mal Video! Wie wieder? Mit dem Hupen auf. Läsens haben Sie es gezeigt, es ist legal jetzt, wenn Italien gewinnt. Ja, wenn nicht. Das nächste Mal habe ich aufgeschrieben. Aber wir haben jetzt schon das 8. Mal gewonnen. Aber es ist noch nicht 0 Uhr. Deutschland hat schön gespielt, wir haben wieder gewonnen. Nein, wir haben scheiße gespielt. Es ist aber noch nicht 0 Uhr. Schöne Abend. Das ist der Nächste. Was? Schluss? Warum? Wenn Deutschland gewonnen hätte? Hey, ist Schluss. Sag ich noch ein letztes Mal? Nein, Sie dürfen nicht machen. Wenn Deutschland hätte ich auch gehubt für Sie. Einmal noch. Komm, wir haben gut gespielt. Einmal. Ich bin reich. Jetzt hier vor der Ampel, einmal noch. Schon wieder haben wir gewonnen. Ich glaube es nicht her. Ja, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Jetzt tun wir aufhören zu hubern. Ja, ich bin reich. Ja, ich bin reich. Wenn ich weg bin, hube ich. Nein, davon. Ich bin reich. Ich kann es nicht lassen. Es ist egal. Gib Gas. Hey! Hey! Gib Gas. Nächste Ampel kostet das Geld. Ja? Ja, hat er doch gesagt. Scheiße. Die haben schon zweimal gesagt. Ich bin reich. Aha. Komm, wir schreien rum. Aufwand. Da sind noch Bullen. Sagt er was? Die waren es. Es ist egal, gib nur mal Gas. Gib nur mal Gas. Ah! Ist das verboten, he? Herr, schreit jetzt rot. Wo ist der? Jetzt dürfen wir nicht mal hupen, das gibt es nicht. Achso, so weit. Ja, okay, durch. Nee, ihr habt gut gespielt. Ich weiß es nicht, aber ich bin lieber ruhig. Dann will ich es ja nicht. Es ist nur alles versteckt. Ah. Ey, die fahren italienisch saudum, Mann. Will ich mich verarschen? Ja. Schon wieder einmal gewonnen! Scheiße! 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 Du sagst immer falsch, Mann. Du traut dich nicht. Du schützt mich. Mach einmal. Nein, ich trau mich nicht. Nein, gib Gas, gib Gas. Muss immer hier. Muss immer hier. Muss immer hier. Ich will feiern. Sollen wir aufhören zu hupen, Mann? Wollen Sie mich verarschen, Mann? Ja. Fahr irgendwo links. Links? Rechts. Ja, oder rechts. Ja, ja. Links sind wir noch auf. Ja.